Ich bin Adora, He-Mans Zwillingsschwester und Beschützerin von Crystal Castle. Das ist Spirit, mein geliebtes Pferd. Fantastische Geheimnisse offenbarten sich mir an dem Tag, als ich mein Schwert erhob und sagte, für die Ehre von Grayskull! Ich bin Shira! Nur wenige teilten dieses Geheimnis. Zu ihnen zählten Lighthook, Madame Ress und Cowl. Meine Freunde der großen Rebellion und ich versuchten mit vereinten Kräften Etheria von den schrecklichen Mächten des Hordak zu befreien. Shira! Shira! Ich muss schon sagen, es ist eine sehr gute Idee, ein Sommerfest zu veranstalten, um den Tag zu feiern, an dem Shira Wallyview Castle gerettet hat. Ja, als sie Hordak's Doom-Balloon vernichtet hat. Das war für uns alle ein glücklicher Tag. Und Wallyview Castle muss nun niemand mehr die Zukunft vorhersagen. Hordak würde es nicht wagen, noch einmal anzugreifen. Da steht er nun. Ich nenne ihn den Zeitumwandler. Diese Maschine wird all eure Probleme mit den Rebellen für immer lösen. Hm, ja, klar doch. So wie Ketra verspricht, unsere Probleme mit Shira zu lösen. Wow, pass nur auf, du kleiner Würm. Ketra sucht sofort das Weite, wenn sie Shira nur sieht. Ah, jetzt reicht es. Hilfe, Hordak, Hilfe. Los jetzt. Ich hab dir schon mal gesagt, du sollst ihn nicht ärgern. Lass ihn gefälligst in Ruhe. Ah, ja, Meister. Wie soll denn eine Maschine meine Probleme mit den Rebellen lösen? Indem sie die Zeit zurückdreht und die verlorenen Kämpfe in glorreiche Siege umwandelt. Das ist gar nicht möglich. Ach nein. Passt auf, Meister Hordak. Ihr könnt euch doch sicher noch an den Tag erinnern, als ihr die Rebellen auf Valleyview Castle mit eurem Doom Balloon angegriffen habt. Natürlich erinnere ich mich daran. Der Doom Balloon war mit der Energie von tausend Blitzen geladen. Er war der beste Zerstörer, den ich je hatte. Und dann bekamt ihr es mit Shira zu tun. Erinnert mich jetzt bloß nicht daran. Sie stand auf der Bergspitze und wartete da auf mich. Sie forderte mich sogar heraus. Komm, Hordak. Leg dich doch mal mit jemandem an, der dir ebenbürtig ist. Alle Blitze, die ich hatte, habe ich auf Shira abgefeuert. Ich war so sicher, dass wir genug elektrische Energie hatten, um sie außer Gefecht zu setzen. Aber für den Doom Balloon war die Spannung zu stark. Unsere Stromkreise waren überlastet. Und der Doom Balloon explodierte. Stellt das ab! Was soll denn der ganze Quatsch, Professor Tempest? Ich will nicht nochmal an She-Ras Heldentaten erinnert werden. Ach! Natürlich nicht, Meister Hordak. Aber ich sagte doch, dass sich die Dinge umwandeln lassen. Aber es ist doch längst passiert. Dann gehen wir eben in die Zeit zurück, bevor das passiert ist. Ich werde jetzt die Zeit zurückdrehen. Nun werden wir sie anhalten. Genau hier. Und jetzt versehe ich den Doom Balloon. Mit einem weiteren Energiestrahler. So, nun wollen wir mal sehen, was Shira jetzt gegen den Doom Balloon ausrichten kann. Los gibt volle Energie, gibt alles. Ha, 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 ha. Wir werden sie besiegen. Ich kann der Energie nicht standhalten. Vellevue Castle ist jetzt endgültig in der Hand der Hordes. Seid ihr sicher? Absolut. Denn die Hordesoldaten haben in diesem Moment das Schloss eingenommen. Oh mein Gott, seht ihr Hordesoldaten? Wo kommen die denn plötzlich her? Wenn ihr Zweifel hegt, solltet ihr Kontakt zum Schloss herstellen und mit euren Soldaten sprechen. Gut, mach ich. Aber das ist doch reine Zeitverschwendung. Dort werden keine Soldaten sein. Truppenkommando meldet sich von Vellevue Castle. Wahrhaftig. Meine Soldaten haben Vellevue Castle erobert. Und das ist erst der Anfang. Großartig, großartig. Ja, das gefällt mir. Sie waren plötzlich da. Überall Hordesoldaten. Wo sind die denn hergekommen? Du meine Güte, Kaul. Wir müssen sofort Adora und die Rebellen alarmieren. Na, komm, Broom. Hoffentlich wird sich Madame auf dem Vellevue Castle Sommerfest gut amüsieren. Runter, Broom, runter. Du musst dem Baum da ausweichen. Nein, den meinte ich nicht. Nein, den da. Wenn man vom Teufel spricht. In Deckung. Jemand muss die alte Eiche irgendwie verschoben haben. Habt ihr euch verletzt? Nichts passiert. Aber es gibt Probleme auf Vellevue Castle. Die Hordesoldaten sind da ganz plötzlich aufgetaucht. Was? Wie aus dem Nichts. Einfach so. Ja, da standen sie mitten im Schlosshof. Aber das ist doch nicht möglich. Als hätte man die geschichtlichen Ereignisse geändert. Du hast recht. Hordak führt wieder irgendwas im Schilde. Wir müssen der Schreckenszone wohl einen Besuch abstatten. Euer Zeitumwandler hat ja bisher ganz gut funktioniert. Ja, er ist in der Zeit zurückgegangen und dadurch hat euer Domballoon She-Ra besiegen können. So weit, so gut. Und jetzt wollen wir ihn mal richtig testen. Ja, genau. Ihn jetzt mal richtig testen. Der Zeitumwandler soll mir helfen, Bright Moon zu zerstören. Ja, Bright Moon zu zerstören. Das sagte ich ja gerade. Oh, äh, äh, ja, äh, das stimmt. Die Schreckenszone liegt direkt vor uns. Es gibt hier einen geheimen Eingang. Ein alter Lüftungsschacht. Irgendwo muss er sein. Da ist er. Komm mit, Boro. Der Schacht führt uns direkt zu Hordaks Thronsaal. Wir sind gleich da. Wenn She-Ra dahinter kommt, was ich getan habe, wird es zu spät für sie sein. Der Zeitumwandler wird mir helfen, sie ein für allemal zu besiegen. Und jetzt wird es Zeit mit der endgültigen Zerstörung von Castle Bright Moon zu beginnen. Schaltet den Zeitumwandler ein. Schnell, Bo. Wir müssen sofort Hilfe holen. Hey, Verräterin Edora. Kommt mit. Hordak wird hoch erfreut sein, dass wir die Verräterin Edora gefangen haben. Oh, du weißt, was zu tun ist. Alles klar. Ergrenzen Sie. Die Luft scheint rein zu sein. Da lang. Das ist ja der reinste Irrgarten. Ich bin sicher, der Weg führt nach draußen. Irrtum, Verräterin. Bringt Sie zu Meister Hordak. Der Zeitumwandler ist gleich zum Einsatz bereit. Meister. Meister. Wir haben die Verräterin Edora geschnappt. Heute muss mein Glückstag sein. Freu dich nur nicht zu früh, Hordak. Ach nein? Pass auf, wie meine Zeitmaschine euer wunderschönes Bright Moon zerstören wird. Für immer und ewig. An die Arbeit, Professor. Jetzt schau zu, Edora, wie ich aus einer Niederlage einen Sieg mache. Ich kann es kaum erwarten. Ja, Meister. Ihr erinnert euch sicher an den Tag, als Bright Moon sich nicht mehr verteidigen konnte. Ja, ich erinnere mich. Mein Mondfinsternis-Strahl sollte gerade seine Energie auf Brighton abfeuern. Dann tauchte She-Ra auf, um die Mondfinsternis zu verhindern. Und ich konnte das Unternehmen vergessen. Schwert zur Kette. Und jetzt streng dich an. Es muss uns einfach gelingen. Zieh so stark du kannst, Zwifty. Sie dachte allen Ernstes, ihr verflixtes Einhorn könnte eine Mondfinsternis verhindern. Aber es gelang ihr. Das weiß ich ja. Und wie wird ihr Zeitumwandler jetzt damit umgehen? Wenn wir einen Meteoritensturm erzeugen, um den Mond zu verdunkeln, spielt es keine Rolle, ob She-Ra die Finsternis beendet. Exzellent! Versuch mal in meine Tasche zu greifen. Ich werde jetzt den Meteoritensturm einzeichnen. Nein, nein. Nein, ich werde ihn einzeichnen. Das wird aber ein gewaltiger Sturm. Beeil dich, sie beobachten uns gerade nicht. Ich hab den Schlüssel. Sehr gut. Schnell, schließ auf, Adora. Wir müssen uns wegschleichen, solange die da noch an dem Schirm hantieren. Sind die nicht herrlich? Und für alle Fälle, ein bisschen Niespulver dürfte uns bei der Flucht helfen. Können Roboter denn niesen? Wird sich gleich rausstellen. Halt dich bereit. Hauen wir schnell ab. Heißt sie! Dummköpfe! Schrotthaufen! Hört sofort auf zu niesen! Jetzt sind die Gefangenen entwischt ihr blechernen Obertrottel. Fangt sie wieder ein, sonst müsst ihr die nächsten 100 Jahre als Staubsauger verbringen. Keine Sorge, Meister Hordak. Wenn der Zeitumwandler erstmal den Meteoritensturm ausgelöst hat, ist er durch nichts mehr aufzuhalten. Gut, dann löst ihn jetzt aus. Bo, du musst Königin Angela warnen. Und was hast du vor? Ich werde versuchen, diese Maschine unschädlich zu machen. Gut, Adora, aber bitte sei vorsichtig. Keine Sorge, ich bin vorsichtig. Es wird Zeit, sich in She-Ra zu verwandeln. Für die Ehre von Greyskull! Ich bin She-Ra! Warte hier, Schwifty. Ich muss schnell handeln. Am besten wähle ich den direkten Weg. She-Ra, verdammt! Ich werde dich auf Eis legen! Du zählst schlecht wie immer, Hordak. Willst du es nicht lieber nochmal versuchen? Diesmal entkommst du mir nicht. Ihr habt den genialen Zeitumwandler zerstört. Es war nicht deine Schuld. Sie hat mich reingelegt. Tut mir leid, Professor, aber ihr beide seid noch nicht reif genug, um mit so einem Spielzeug umzugehen. Törichte Frau, ihr Zeitumwandler wurde bereits in Gang gesetzt. Genau. Und er ist durch nichts mehr aufzuhalten. Right move, wird bald mir gehören. Das werden wir sehen. Jetzt verlange ich das Schwierigste, das ich je von dir verlangt habe, Schwifty. Ich verspreche, mein Bestes zu geben. Worum geht es denn? Wir müssen jetzt beide versuchen, einen Meteoritensturm aufzuhalten. Und das wird uns nur gelingen, indem wir Etheria umkreisen, gegen den Uhrzeigersinn. Mit hoher Geschwindigkeit. Dann lass es uns mal angehen. Schneller, Schwifty, schneller! Noch schneller, Schwiftwind! Komm! Los, Schwifty, los! Schneller, schneller! Wir schaffen es! Wir schaffen es! Da, die Mondfinsternis! Und da nähert sich schon der angekündigte Meteoritensturm. Wir müssen ihn aufhalten. Mal sehen, Schwifty, ob wir das mit ein paar Schlagübungen schaffen. Schwert zu Schläger! Das war ein Volltreffer! Nicht schlecht, She-Ra. Aber da kommen noch einige. Keine Sorge, Schwifty. Ich kriege sie alle! So, ich glaube, das wäre geschafft. Noch nicht ganz. Achtung! Oh, oh. Das ist ein ganz schöner Brocken. Du hast es geschafft! Gratuliere, She-Ra! Ja, und der Zeitumwandler konnte auch nicht in die Geschichte eingreifen. Bright Moon wird jetzt vor Hordak sicher sein. Na los, Schwifty, fliegen wir wieder nach Hause. Oh, wie gut, dass She-Ra noch rechtzeitig eingreifen konnte. Genau. Wenn Sie und Schwifty nicht den Meteoritensturm aufgehalten hätten... ...wäre Bright Moon vollkommen zerstört worden. Hm. Da hätte die Zukunft nicht sehr rosig ausgesehen. Madame, wenn ihr jetzt wieder anfangen wollt, die Zukunft zu deuten, werde ich doch lieber zu Bett gehen. So, jetzt hör mir mal gut zu, Broom. Zufälligerweise bin ich von Etherea die beste Zukunftsdeuterin. Ich deute die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Die Zukunft? Ihr meint wohl, gegen welchen Baum ihr als nächstes sausen werdet. Nun, äh, ich, äh, äh, so hab ich das nun wieder nicht gemeint. Wisst ihr, ich, äh, 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 ja... Hallo, hier ist wieder euer Loki. Habt ihr gesehen, wo ich mich heute versteckt hatte? Wenn nicht, schaut noch mal genauer hin. Seht ihr mich? Hier bin ich. In der heutigen Geschichte hat Madame Rez einem Dorfbewohner prophezeit, wenn er fleißig arbeiten würde, immer ehrlich und freundlich zu anderen wäre, hätte er ein glückliches Leben. Das ist eine gute Zukunft. Und so eine Zukunft können wir alle haben. Also vergesst nicht, seid fleißig, seid ehrlich und seid zu anderen immer freundlich. Dann bis bald. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Für die honorer der Liebe Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017